Heute in der neuen Mittelschule in Daxheim laufen fast 300 Kinder für einen guten Zweck. Man sieht, Spurt verbindet. Wir haben hier 24 Nationen, 22 Sprachen, 11 religiöse Konfessionen und alle laufen gemeinsam. Alle haben eine Freude. Die Lehrerinnen und Lehrer sind dabei. Es sind knappe 30 Lehrpersonen auch auf der Strecke, teilweise laufenderweise. Und die Schülerinnen und Schüler haben einfach einen Riesenspaß dabei. Man merkt es einfach, das ist klasse, wenn alle gemeinsam an einem Projekt dabei sind und noch dazu etwas Gutes tun.